Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Parkplatz. Ihr seht heute mal einen schönen Anzug, heute haben wir den 3.2. Februar. Ja, wo Sie sehen, in unserem neuen Parkplatz haben wir einen neuen Parkplatz gekauft. Jetzt kann ich eigentlich schon sagen, da jetzt fahrt ich die V430, also einen Stufenlosen eben. Mit 2.6.40, 1.3, äh, 1.430 PS. Und, ja, wir haben nur ein wenig aufgemacht. Also 1.65 im Stummi hinten, also 1.5. Und, ja, eben wie gesagt, wir haben mich jetzt voll gut. Es ist halber V4. Äh, eben für Rohrbacher oben. Und das ist nicht so bloß so. Haben wir da jetzt gekauft. Eben der 105er, der KB1, also Samstag, auf Salzburg oben. Und auch schon gekauft. Und, ja, das ist jetzt unsere drei größte Traktor. Und das werde ich wahrscheinlich gleich am Anfang vor in Haft zu sagen. Äh, wieso steigt es jetzt von 6-Zylinder auf 4-Zylinder. Ja, der Traktor da ist so geil wendig. Also, das ist noch immer so, wenn man sich auch nicht denkt. Das ist ein Draht. Und es stammt was da. Und das ist eben was gewesen, warum wir den Traktor wieder zeigen. Und das ist eigentlich wohl nicht. Also, wir sind noch viel. Der Papa hat es gekauft. Und, ja. Ja. Auf jeden Fall. Weil halt. Der Papa denkt ja auch schon an die Milch von 4. Weil ich werde immer mal übernehmen möchte. Und wenn ich jetzt einen Traktor kaufte, was halt mir nicht taucht. Ich meine, das bringt gar nichts. Deswegen hat mir dann der Papa natürlich auch gleich mit einbezogen, was ich für einen für mich da bist. Und dann habe ich ihm eben den Traktor gezeigt. Da haben wir zweimal anschauen können. Da haben wir ihn gekauft. Und, ja, eben die Wenigkeit. Spricht wirklich für den. Und ich denke mir, wenn ich jetzt 6 Zylinder 150 PS habe. So wie es der 105 PS war. Oder ich habe jetzt 165, also 4 Zylinder. Ich meine, das passt schon. Ja, verupassen zieht er natürlich nicht so viel. Es ist klar. Dein Daktil und das dein Pipi-Pi-Pi-Gay. Also, vielleicht hat er nicht leicht. Und, ja. Jetzt ist ja immer gebraucht. Der hat jetzt 3.973 Stunden. Aber, schaut mal aus wie euch. Irgendwo ausstehen und viel Schäfer lang. Und gibt es gar nichts. So vieles. 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 50 kmh rein. Und, ja. Ich darf das fahren. 50 kmh in Österreich. So vieles. Ja, was gibt es noch zu sagen, es sind oben wirklich eine Steigerente, also SIGS und Fronthydraulik. Ja, was gibt es noch? Ja, es ist geschein, ich zahle euch den dann mal in der Hand, wenn ich noch mal verdrassen also es ist wirklich so ein schöner Tag, da bin ich voll in die Fühle. Und ja, dann sehen wir, dass ich mal wieder nach Hause kommen. Also sehen wir, dass ich jetzt noch mal wieder nach Hause komme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020